Aber finde ich gut, dass du gleich abbrechst. Sorry, Feder. Jetzt mal abbrechen. Wo kommt irgendeine Kacke raus und du verlierst das Spiel. Jetzt spielen wir wieder ein Lachs-Farm. Lachs-Ovansch. Aber die weißen Trikots gefallen mir schon. Ja. Die Arme schon enorm ist ja, wie Lachs-Farm bin. Müsste ja mehr Roser sein. Geht so. Ja, ich wollte nicht Pink machen. Ja, man hat nicht so eine 400 Farben-Palette zur Auswahl, sondern 20 Farben oder sowas. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. So, jetzt mal konzentrieren, ne? Ja, jetzt ist die Kugel weg. Oh, Mann. Das klingt für Buchstuhl hier, ne? Noch ein Ball. Oh. Warte, ich spreche über die ganze Reihe hier zu Rappflupfen. Hat nicht so funktioniert, was mir vorgestellt hat. Hazard. Hazard. Weg ist der Ball. Da kann auch Türen sein. Gibt's. Balleroberung, ja, da sieht zwei Übersicht dieses Spielverständnis. Wie die es immer tun. Ja. Ja. Es geht, Hazard. Wir spielen noch, wir spielen schon eine Woche, ja. Es kann nicht so sein, dass die schon deutlich weiter sind als wir. Gute Aktion. Ja. Gefährlich. Ja, klasse. Ball sagt vielversprechend aus, voll abgefangen. Es sind auch wieder vier Fuß. Die da hier vorne. Hier vorne rum, Lundern. Ja, erstmal liegt gerade genau. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Ich weiß nicht, wie ich da jetzt noch nicht spielen kann. Flanke rein. Ich dachte, ich bin da mal wieder weg. Da wäre jetzt viel Platz für einen Konter. Konter-Chance sah vielversprechend aus, aber da fehlte so die letzte Entschlossenheit. Ballverlust. Ja, da ist Platz jetzt. Oh, schön. Ja. Schade. Hazard. Ja, könnte was werden. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht. Nicht fest, die Jungs. Hm. Ja, es scheint auch zu verarspielerisch zu lösen. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Gut verteidigt hier. Siehst du, dass sie immer einen richtig guten Spieler dabei haben. Vornein bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Gibt's. Wow. So. Hazard. Klasse Pass. Ball läuft gut jetzt. Ja, schuss. Jetzt schießt er. Und diesen Ball hat er sicher. Klasse ist vom Torwart. Oh, bis ein bisschen weiter. Gibt's. Na gewesen. Links raus. No. Sieht gefährlich aus. Guter Pass. Na, kommt er, kommt er. Yes. Ich glaube, wir haben, äh, ich glaube, wir haben Torwart als Torwart als Torwart. Was hat der Kerl? Ja, die haben mich selbst vollen Torwart als Schiff, der Ball über der Torwart als Torwart. So gut gemacht, da kann der Keeper dann auch nichts mehr halten. Und damit haben wir den ersten Schlepper. Jetzt könnte ich das richtig Fahrt aufnehmen. Wird richtig fällig. Oh, schöner Pass. Jo, war generell nicht schönes Spielzeug. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Ah, er kann klären. Sie wollen den Gegner laufen lassen. Guter Seitenwechsel. Ja, sie. Komm, super. Ah. Was macht er draus? Oder falls er? Na. Oh. Ah. Wie, ich krieg den Ball nicht. Ach. Ach, ich krieg den Ball nicht. Sehr gute Pass wurde. Auch der Ball kommt ab. Ja, der nächste tolle Pass. Jetzt der Ballverlust. Nein. Ich habe ja das passiert, dass wir uns ein bisschen auf den Schleppen stehen. Mit dem Ball am Fuß Richtung Gegner durch das Tor. Schön. Ja, jetzt haben Sie den Ball dann doch verloren. Noch mal zurück. Nordweit. Schön dazwischen gegangen. Das ist so für meine Meinung. Tolles zu spiel. Da ist er hier schon gespielt. Ich bin gespannt, wie Sie reagieren. Hat ja eigentlich bisher alles gut im Griff. Mit all seinem Gefühl lukt der den Ball über den Tochter. Gegen die Klasse kommst du als Keeper nicht an. Und damit alles auf Anfang. Es steht eins zu eins. Welch mal aggressiv nach vorne hier, ne? Das Zuspiel draußen auf dem Flügel. Guter Vorstoß jetzt. Jetzt die Flanke. Da kann er klären. Gute aufgepasst. Kümmer. Kümmer. Was denn? Was denn? Ja, Pops. Nee. Das gibt Freistoß. Klarer Angelegenheit. Absatz. Nee, irgendein Fehler. Pandev. Jetzt ist es gefährlich. Und jetzt der Schutz. Oh, die Sau. Da ist die Führung. Und da darf sich natürlich der Trainer auf die Schulter schlagen. Alles richtig gemacht. Im Alleingang macht er das Tor und zeigt schonungslos in dieser Situation die Schwächen der Defensive. Aktueller Spielstand jetzt also 2 zu 1. Ganz energisch. Super Aktion. Das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Macht er gut. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Gips. Das könnte die Chance werden. Ja, mit viel Übersicht. Kann er was draus machen. Da ist die Hereingabe. Oh meinst du. Jetzt wird es hier spannend. Das ist natürlich klasse für die Zuschauer daheim. Das ist eine richtig interessante Partie. Schön wie die 1, 2 Spieler da einfach zurück zur Mitte. Ich hab das doch nicht geschossen. Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor. Und den Assist, den wollen wir hier nicht unerwähnt lassen. Das ist der Beste. Super, wie er da das Auge für den Mitspieler hat. Ein schönes Tor. Das sehen wir hier nochmal. Einerseits trifft er den Ballklasse. Aber auch die Hereingabe ist richtig gut. Gute Aktion. Ganz stark abgeblattet. Damit die Chance zur Führung. Ja, ja, ja. Aber exklusst, ne? Pass mal auf, schießt ihn die Altball lieber mal ein bisschen weiter nach hinten. Der Torwart kommt wahrscheinlich raus. Ja. Die lassen sich teilweise schon viel Zeit. Also, da soll wohl die Uhr runtergespielt werden. Wenn irgendwie möglich. Das Brunen schiebt ihn, scheint ja auch zu sein. Da haben sie nicht mehr wirklich richtigen Drang. Weiter und beide Teams sind gut drauf. Jeweils zwei Treffer in der ersten Hälfte gehabt. Sehr nice. Das sind wieder so viele Typen und die sind auch besser als die allerersten Gegner. Ja. Das ist so groß, ey. Das macht richtig Spaß, ne? Ist aber auch sauschwer. Ja, ist echt schwer. Hierzu zu verteidigen, ja. Mach mal gleich, spielt ich Tuchsetzen oder? Ja, ich hab schon getroffen, ja. Ja, nice. Warte, halbzeit. Ja, stimmt, Tuch. Warst du schon beim Spielende? Nee. Nee. Kraft. So, gehen wir rein, die zweite Spielhälfte. Es ist hier bislang wirklich hart losgeglichen. Oh, wow. Nee, nicht stimmt. Noch mal erstmal ander vorbei, ne? Sehr sauber. Da verlieren sie den Ball. Raus. Nice. Ist hier immer noch am Ball. Ahnt hier diesen Pass weg ist im Ball. Alles cool. Ich bin der letzte, der aber auch, wie viel hat man kann was. Ja, könnte was werden. Na, jetzt müssen Sie aufpassen. Wow, Hauptsache, ich will den Klären mit W und erschießt den an. Tommi, komm mal ein bisschen besser zurück in unsere Hefte, die stießen aufsetzt. Ja, ja, ja. Dann muss ich jetzt einfach mal noch zu stellen, mit dabei was sie mir rückt. Klasse, Pass. Oh, das sah vielversprechend aus. Ein ganz frei? Genau. Ich glaube, meiner geht an. Außen ist Platz. Nice. Sieht gefährlich aus. Jetzt kommt die Flanke. Ball kommt rein. Dann kommst du halt. Ah. Ah. 16er. Dann war wieder ganz, nicht ganz gut. Ja, ich muss jetzt warten, bis frei war, ne? Ja, richtig. Gefährlich. Boah. Was macht er draus? Oh, die Möglichkeit. Fällt das Tor doch noch. Den Ball holt er. Oh, das ist der Ball verloren. Jetzt vielleicht die Flanke. Jetzt ist es gefährlich. Was für eine Szene. Tollerschuss mit ganz viel Gefühl, technisch brillant gemacht, aber eben kein Tor. Mein Gott, war das knapp. Probiert zu dir, Tommy. Okay, ich darf nicht voll aufklären. Kommt jetzt drüber, Honwell. Mach der gut. Ach, komm schon. Jetzt mal Ball gewinnen, dann muss man los. Da könnte was entstehen. Das ist doch scheiße. Das hat sie doch den Ball. Wer hat sie sich denn da durchgesetzt? Das ist der Dreierparkweb. Der ist heute nicht zu halten. Wieder das Schasse. Wer will diese Treffer verhindern? Aber man hilft mir auch gar nicht mehr. Dann haust du die Dinger rein. Ja. Der neue Spielstand lautet hier also 3 zu 2. Ich bin echt sauer. Doppelsauber. Genau, ich wollte gerade sagen, doppelsauber. Super dazwischen. Nice. Er bleibt sich zurück. Ah, und dann gibt es noch Spieler dran. Das ist statt meiner. Dann ist es natürlich Upside. Das ist auch viel Geld. Ja, jetzt könnte ich noch viel spielen. Gute Aktion. Geht an Zwischen und hat den Ball. Geht mit einem Wurf weiter. Ich bin heute nicht so gekommen. Boah, können die mal aufhören mit den Scheiß-Trixen. Wenn die so Tricks sind, dann sollen die Wolterspielen. Klasse, Pass. Klasse. Und schon wieder, ey. Macht er gut hier. Klasse, aufgepasst. Links. Ah, fuck. Da nimmt den Nimm-Richt. Ja, könnte was werden. Klasse, Pass. Die Bay Star-Keeper hat den Ball, aber das war knapp. Das war Maßarbeit. Da hat sich viel gefehlt. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Oh, fuck. Da habe ich zu lange. Guck mich hinspielen kann. Pass wird abgefangen, aber das war auch wirklich kein gutes Zuspiel. Der Typ jedes Mal, man erobert den Ball, aber tut sich direkt wieder vor, dann ist der Ball wieder weg. Und jetzt noch mal vorgesehen. Ballverlust. Und Fehler. Macht er gut. Gefährlich. Und jetzt die Chance. Weiter gefährlich. Da kommt er mit dem Kopf dran, aber der Ball geht daneben. Dieser Abschluss ist nicht präzise genug. Gibt's jetzt die Gelegenheit. Oh, Mann, ey, jedes, vor allem immer im Fischzehner, ey. Ja, das können wir werden, jetzt. Ja, die Tippen wird wieder vorgestehen. Das gibt's Elfmeter. Das gibt's Elfmeter, was ist denn das denn? Ja, dabei liegen sie ja schon hinten und jetzt könnte das Ganze noch schlimmer werden. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück, Bushy. Ja, denn er darf weiterspielen. Es gibt nicht mal gelb, das ist schon eine Überraschung. Bullshit. Was ist das denn eigentlich für Scheiß-Anlauf, ey. Diese Hälfte, den ich treffe. Ja, die jetzt doch mehr oder weniger ein Glück, sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich selbstvertraut. Ja, der Torwart hätte den Ball natürlich festhalten müssen, so fällt er den Stürmer vor die Füße. Zehn Minuten noch auf der Uhr, Schlussphase jetzt. Klasse, wie er da hingeht, gibt einen Wurf. Kommt jetzt die Flanke. Da geht er vorbei mit dem Trick. Und er hat den Ball. Keine Füße, Schiri. Ach, ich habe das. Superaktion, das ist die Balleroberung. Unwiderstehlich. Ist aber. Schön. Den Ball spielt er raus. Was macht er draus? Ich habe das keine Bauer mehr. Jetzt hat er Platz, jetzt muss er flanken. Oh, was für ein Schuss. Da wäre keine Mühe hier bei dem Kopfball. Da war ein. Vielleicht der Anschluss. Oh, nein. Und Reneser. Geht hier noch mal. Es wird der Engkopf fast ein bisschen später. Aber die Hoffnung. So ist es so klar, dass er das macht, ne? Heute zeigen hier beide ein Offensivspektakel. Ah, nein. Da ärgern sie sich. Ballverlust. Ich würde jetzt hier schon 5000 Mal, B damit oder A oder sowas, damit der den Ball aufspielt. Gute Aktion. Und der wieder verliert. Ja, das ist immer das geht. Sie verlieren den Ball. Ja, sowas schon wieder, ne? Sauber vom Ball getrennt hier. Und da gibt er meistens noch was hier, hier. North Fight. Da haben sie den Ball. Gut gemacht. Komm, komm. Sie holen sich den Ball. Aber nichts mehr zu verlieren. Oh, da ist es vorbei. Da kommt der... Ah, die Huren. Ah. Scheiße Elfmeter, ne? Der war halt. Das wäre schon scheiße Elfmeter. Er war richtig kurisch, ey. Aber auch das eine, das dritte Gegentor war das, glaube ich, ne? Ah. Wie, dass ich die ganze Zeit den Ball durchgesetzt habe, ne? Das ist unfassbar. Aber es ist auch richtig unfair. Das ist nur passiert, ey. Man hat den Ball erobert und man hat den direkt wieder verloren, ja. Das ist so ein Fick. Mach Volgray gleich nächstes Spiel. Ich habe nichts Spiel, Christian. Ich habe das Spielpunkt, ich verteile die. Achso, okay, dann drück ich das Spiel. Ich habe das Spielpunkt, ich habe das Spielpunkt. Ich habe das Spielpunkt, ich habe das Spielpunkt, ich habe das Spielpunkt.